Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, es geht weiter mit der Kurzvorstellung der Spiele des Jahres. Ich bin jetzt heute im Jahr 2000. Spiel des Jahres 2000 war das Spiel Torres von Ravensburger für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Bei dem Spiel Torres sollen die Mitspieler dem König dabei helfen, seine zerstörte Burg wieder aufzubauen. Dazu wurde zu Spielbeginn hier jeweils ein Baustein hier auf die schon vorgedruckten Plätze gestellt. Dann bekommt jeder sechs Ritter in seiner Farbe, einen Wertungsstein in seiner Farbe, der hier zu Beginn der Wertungsleiste hingestellt werden. Dann hier so eine Codexkarte, wo jeder sehen kann, was er in seinem Zug alles mit Aktionspunkten machen kann. Und je nachdem, wie viele Mitspieler es sind, gibt es hier noch für zwei, für drei und für vier Spieler sogenannte Phasenkarten, auf denen man sehen kann, wie viele Bauteile jeder Mitspieler bekommt, um sie dann dementsprechend regelkonform zu verbauen. Wir spielen insgesamt über drei Phasen und wie ich eben schon sagte, ich habe jetzt hier mal für vier Spieler aufgebaut, würde in der ersten Phase jetzt jeder Spieler, wenn er an der Reihe ist, viermal zwei Bauteile bekommen, die er regelkonform dann verbauen kann. Jeder hat zu Beginn seines Zuges fünf Aktionspunkte, die er, wie ich eben schon sagte, dann regelkonform dann benutzen kann. Auch hier gehe ich bei der Kurzvorstellung jetzt nicht mehr darauf ein, weil das also hier in dem Regelheft ganz gut erklärt ist. Jetzt hat jeder die Bauteile der Phase verbaut, kommt es zu einer Wertung. Auch darauf muss ich jetzt nicht näher eingehen. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass es darauf ankommt, welcher Ritter jetzt wo auf einer Burg steht. Da wird dann die Grundfläche errechnet und je nachdem, wie viele Ebenen dann eine Burg hat, gibt es dann eine Formel, Ebene mal der Grundfläche und das sind dann die dementsprechenden Siegpunkte. Also man muss beim Bauen also sowohl darauf achten, darauf schauen, wie groß ein Burgteil ist und wie hoch gebaut worden ist und dass dann auch der eigene Ritter drauf steht. Zusätzlich gibt es noch Siegpunkte, wenn dann auch noch der König mit dabei ist. Wie ich eben schon sagte, am Ende einer Phase wird gewertet, dann beginnt die zweite Phase. Hier bei den vier Spielern wären das dreimal zwei Bauteile und in der dritten Phase dann nochmal dreimal zwei Bauteile, die verbaut werden und am Ende jeder Phase wird dann auch noch immer gewertet. Diese Wertungspunkte werden dann auch gleich hier an der Wertungsleiste verbaut. Während seines Zuges kann man Aktionspunkte verwenden, um hier die oberste von solchen Aktionskarten zu ziehen. Da führt man dann die dementsprechende Aktion dann aus. Nachdem am Ende der dritten Phase gewertet wurde, ist im Prinzip das Spiel auch zu Ende. Wer dann danach die meisten Punkte hier auf der Wertungsleiste hat, hat dieses Spiel dann gewonnen. Noch mal kurz der Ablauf. Wir spielen über drei Phasen. Zu Beginn einer jeden Phase bekommt jeder abhängig von der Spieleanzahl hier Bauteile, die er dann verbauen kann mit den dementsprechenden Aktionspunkten. Jeder bekommt fünf Aktionspunkte. Nachdem jeder seine Bauteile verbaut hat, innerhalb einer Phase kommt es zu einer Wertung. Da bekommt man dann Siegpunkte abhängig von der Größe des Abschnittes, den man verbaut hat und wo die dementsprechende Ritter steht. Das macht man jetzt drei Phasen lang und am Ende der dritten Phase kommt es nochmal zu einer Wertung. Und wer danach die meisten Siegpunkte hier auf der Wertungsleiste hat, hat dieses Spiel dann gewonnen. Das war die Kurzvorstellung vom Spiel des Jahres 2000, dem Spiel Torres für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Viel Spaß!